Nochmal die Picks für heute. Alex, fangen wir mal vielleicht an. Ich hatte ja in der letzten Sendung so einen sehr spezifischen, aussagekräftigen Pick wie EU-Daten-Roaming, war mein Pick. Diesmal gleichwertig spezifisch. Kabel, ich picke Kabel, einfach mal gute Kabel, war ja im Vorfeld der Sendung schon Thema, nicht wahr Basti? Ja. Du hast auch auf Kabel gesetzt statt auf Wi-Fi. Nein, also allen Ernstes, dieses Kabel hier, das mit meinen Kopfhörern verbunden ist, ist gerade mein neues Kabel, weil das alte einen Kabelbruch hatte und ich habe eins gefunden, dank eines netten Lesers, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich nicht bei Beyerdynamik 100 Euro zahlen soll für so ein normales Klinken-Kopfhörerkabel mit so zwei getrennten in die Kopfhörer-Reihenanschlüssen, sondern es gibt ja was für 30 Euro auf Amazon und ich war sehr dankbar über den Tipp, weil das ist, erstmal macht es Sound besser, ich habe keine Abbrüche mehr oder wenn ich den Kopf drehe, es ist nicht mehr links und rechts, also es funktioniert, das ist ganz, ganz großartig. Es ist auch noch geflochten, was einfach sehr schön ist und nicht verdreht dann mehr. Das andere war so plastisch, gummiartig sagt man da eher und das hat mich einfach zu dem generellen Pick geführt, weil ich habe zum Beispiel auch letztens hier so ein Thunderbolt-Kabel gekauft, so ein USB 4 irgendwas Thunderbolt 3, 4 kompatibel Kabel und mein Pick ist eigentlich der, dass man nicht die preiswertesten Kabel kaufen soll auf den verschiedenen Online-Plattformen und Importeur-Händlern und so weiter, sondern wenn du so ein bisschen mehr ausgibst, kriegst du geile Kabel für relativ überschaubares Geld und stellst dir so ein Kabelsortiment zusammen, das zum Beispiel die exakte Länge hat, die du brauchst. Daumen hoch dafür. Also die exakte Länge, das ist schon mal viel wert. Wenn du das Kabel irgendwie nett unter dem Schreibtisch verlegst, hast du die exakte Länge oder wenn du halt zum Beispiel eine andere Länge willst, um dieses Kabel mitzunehmen. Ich hatte zum Beispiel jetzt im Urlaub, der sich ja gestreckt hat jetzt in meiner Reisetätigkeiten, so einen Netzstecker dabei, der wohl konntest du drei USB-C reinstecken und da hatte ich drei verschiedene Kabel dabei und konnte einfach so blind hingreifen, nicht ganz blind, aber ich konnte so auf den ersten Blick sehen, welches Kabel was macht. Also ein Kabel war USB-C auf USB-C, eines war USB-C auf Lightning, was mich noch länger begleiten wird, auch aufgrund der Familie und das andere war beispielsweise das Watch-Kabel und die waren teilweise Nylon, teilweise andere Farben und sowas sich zu shoppen ist einfach, bringt so viel Lebensgewinn. Also ich bin großer Fan davon geworden. Und wie gesagt, das war nur der Auslöser, dieses Kopfhörerkabel, aber weil es halt einen Kabelbruch hatte und dann echt nicht mehr funktioniert hat, war das eine schöne Ersatzgeschichte und hat nicht 100 Euro gekostet, sondern nur 30. Aber wirklich, also wenn man die Kabel kauft, dann würde ich dazu blendieren, einfach, also nicht die, vielleicht nicht original, original zu kaufen, wenn es nicht irgendwie tagtäglich im Einsatz ist, ist aber, wenn du so ein bisschen mehr ausgibst und nicht das Billigste kaufst, dann ist das, also du kriegst auch ein geil geflochtenes und so weiter, also ein vernünftiges und mit vernünftigen Anschlüssen und so. Also es wäre wieder ein sehr unspezifischer Pick, aber mich begeistert der gerade. Und zwar die Kabel, die ich auf Reisen dabei hatte, waren gut gewählt. Ich muss das, glaube ich, auch nochmal verbloggen, glaube ich, weil es mir so gut gefallen hat. Und dieses Kopfhörerkabel macht hier die täglichen, die wöchentlichen Podcast-Sessions ganz angenehm. Und die tägliche Benutzung. Du hattest ja gerade dein USB-C auf Lightning-Kabel angesprochen, was mich ja inzwischen wütend macht, dass wenn das noch Geräte sind, die hier Lightning-Anschlüsse haben. Und ich habe das Problem bei mir gelöst, indem ich einen USB-C auf Lightning-Adapter gekauft habe. Ja, ja, ja. Und habe einfach alle USB-C, irgendwas auf Lightning-Kabel zum Fenster rausgeschmissen, weil die nicht mehr nötig sind. Und das ist einfach sehr gut. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ja, nee, der Tipp ist durchaus, das ist sinnvoll. Die andere Möglichkeit ist, also vor ein paar Jahren war ich der Familie immer noch böse, wenn sie so iPhones zum Beispiel eingesteckt hat und dann so auf dem Kabel abgestellt hat. Kennst du das? Wenn du so eingesteckt hast und am Bett benutzt und so auf dem Kabel abgesteckt hast, so einen tollen Knick hast. Mittlerweile sage ich, großartig, bitte so benutzen, wie man sie benutzt, weil die sind mittlerweile spottbillig geworden. Also die kannst du auch einfach oder du kannst halt welche kaufen in vernünftiger Qualität, die gut isoliert sind. Also solche Kabel gibt es zum Beispiel auch, dass du einfach nicht diese windigen Apple-USB-C auf Lightning-Kabel nimmst, die sofort abknicken, sondern einfach eine bessere Isolierung an dem Stecker. Also da gibt es geile Auswahl. Und verdammtes Kabel, das ist echt ein Lebensgewinn, wenn du da was Vernünftiges hast, bei dem du dir irgendwie... Oder allein nur die richtige Länge, weißt du? Also die richtige Länge, wenn du zum Beispiel auf Reisen gehst, brauchst du ein kürzere Kabel. Oder du brauchst auch ein ganz langes Kabel, wenn du die Steckdose irgendwo... Also da... Ist auch witzig, ne? Weil ich habe in meinem Rucksack ist ein 3 Meter USB-C auf USB-C-Kabel. Weil ich mich so oft in Situationen gefunden habe, wo du dann das Notebook einstecken musst und das ist einfach... Dann muss das irgendwo noch rumliegen und quer durch irgendeinen Raum legen. Und dann habe ich mir gedacht, gewichtsmäßig gibt sich das nicht viel, ob es 1,80 oder 3 Meter sind. Und deswegen trage ich halt jeden Tag 3 Meter, also jeden Tag, wo ich das Rucksack dabei habe, 3 Meter Kabel mit mir rum. Aber ich weiß, ich kann mich immer... Es gibt keinen Weg von Steckdose zu meinem Notebook, den dieses Kabel nicht überbrücken kann. Das ist ganz gut. Oder halt eine andere Farbe wählen. Oder geflochten, nicht geflochten. Also da gibt es... Bei USB-C, das ist ja der positive Nebeneffekt, so ein bisschen, wenn man alles auf USB-C setzt, die Kabel sind auch sehr preiswert geworden. Aber wie gesagt, ich würde dazu tendieren, nicht die preiswertesten zu kaufen, sondern eine Stufe höher und dann ist man eigentlich immer gut dabei. Ja. Gut. Deswegen immer Kopfhörer mit guten Kabeln, die man tauschen kann. Sehr gut. Sehr gut. Ja. 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 Vielen Dank.